Also Parität ist natürlich 50-50 und so ist ja auch unsere Bevölkerungsstruktur, es geht nicht, sondern wir müssen jetzt wirklich dazu kommen, dass es mit... Wenn ich mir auch da das Wahlprogramm der CDU anschaue, das klingt für mich auch nicht weiter so, sondern die Frage von sozialer Gerechtigkeit gehört für mich beim Klimaschutz dazu und was Herr Laschet und Herr Merz da jetzt vorschlagen, ist aus meiner Wahrnehmung, gerade bei der Frage soziale Gerechtigkeit, eher eine Rückkehr von vor 16 Jahren Angela Merkel. Also eben nicht die Breite der Gesellschaft im Blick zu haben, sich zu überlegen, was bedeutet denn eigentlich eine Miete für Menschen, die wenig Einkommen haben und um diese Richtungsentscheidung geht es bei dieser Wahl.